Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Basti hat mich letztens angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte auf eine Minecraft-Challenge. Und ich habe Ja gesagt, dementsprechend. Herzlich willkommen zur Minecraft-Challenge. Die Regeln sind folgende. Es sind sechs Leute auf derselben Map und jeder bekommt immer einen random Mob vorgeschlagen. Zum Beispiel ein Pferd. Wenn ich dann jetzt als Beispiel dieses Pferd getötet habe, bekomme ich einen Punkt und bekomme direkt ein neues random Mob. Kann alles mögliche sein. Zum Beispiel einen Zombie. Für jedes Mob, was ich kille, kriege ich einen Punkt. Und wer nach drei Stunden mehr Punkte hat, hat das Ganze gewonnen. Es gibt zwei Joker, also zwei Mobs, die man skippen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Ich werde euch alle, ich werde alle, alle Subscriber, die in den nächsten fünf Sekunden subscriben, werde ich mir auf die Brust tätowieren. No capping. Yo, Kevin. Oh yo, hi Basti, was geht? Okay, mit dabei. Heute sind Basti. G.A.G., Cars Crafter, Stegi, No Risk, ein Typ, den Kanal anerkennen, weil er nur noch zweimal die Woche streamt, bro. Und fucking Tony. Puggers. Wir gehen jetzt alle in separate Channels und dann achtet einfach drauf, wenn der Timer losgeht, dann geht's los und dann könnt ihr einfach losstarten. Chad, es geht um viel. Ihr checkt nicht, um was es geht, ne? Es geht darum, ob ich meine 200 Euro Bahnticket zahlen muss oder nicht. Weil laut diesem Bahntickser bin ich schwarz gefahren, was eine Lüge ist. Ich hatte nur das falsche Ticket und hab deswegen 10 Euro zu wenig gezahlt. Aber er hat mir 200 Euro dafür berechnet on top. Deswegen wäre es sehr, sehr gut, wenn Basti das übernimmt. Und das Ganze geht jetzt los. Ich muss noch... Ich muss ein Pferd killen! Oh mein Gott! Bro! Oh mein Gott, das ist perfekt! Holy Shit! Digga! Ich muss einen Wither killen. Ja, das ist ein easy Skipper, oder? Digga, hätte er mir den jetzt gemobbt. Ich schwöre bei Gott, Alter. Oh mein Gott, Digga, der erste Skip ist weg. Tropical Fish, okay. Ich überlege gerade, was brauchen wir denn für Tropical Fish? Einen lauwarmen Ozean als Biom brauchen wir. Okay, was heißt lauwarmen Ozean? Also ist der Plan, dass wir einfach mit dem Boot rumfahren und gucken, was abgeht so mäßig? Das Wasser ist da so hellblau. Ah, ja, okay, okay, okay. Das ist ein sehr, sehr geiler Tipp. Danke, Bro. Okay, wir machen uns mal auch alle Werkzeuge, damit ich nachher auch richtig viel verliere, wenn ich gleich sterben werde und dann richtig mad bin. Okay, wir müssen auf jeden Fall genug Essen mit dabei haben, damit wir nicht verhungern. Oh, das ist auch eine Village, Bro. Meint ihr, die ist schon gelooptet, Jungs? Boah, das wäre sick, wenn nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf dem Schirm, ob jemand in meine Richtung mitgelaufen ist. Ah! Ah! Ist nicht schlimm! Ist nicht schlimm, Alter. Okay, wir fahren uns kurz alles neu. Easy, kein Ding. Nice. Basti hat uns eingegeben. Okay, wir haben wieder einen Chat. Let's go. Okay, aber was ich eigentlich gucken wollte, ist hier noch eine Chest. Ja. Vielleicht wurde die noch nicht gelootet. Das wäre sehr, sehr geil. Warum? Weil ich denn shit will. Bro, das ist unfassbar smart. Was ist da eine Ehrenlust, Jungs? Basti meinte, wir dürfen uns gegenseitig umbringen. Das ist erlaubt. Alright? Wir sind hier schon eher der Underdog. Jemand, der Cars Crafter heißt, hat vermutlich die eine oder andere Runde mehr Minecraft gespielt und hat die eine oder andere höhere Chance, dieses Ding hier zu gewinnen heute. Wir müssen uns auch durch vielleicht so unfaire Mittel Vorteile erschaffen, Männer. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst haben wir keine Chance. Es geht um Deutsche Bahn Strafzahlung. Ich würde alles tun. Fool. Äh, okay, kurze Frage. Also fällt mir direkt auf, wenn wir im richtigen Biom sind. Warte mal, ist das da hinten hell? Er schwimmt neben Eisbären und wundert sich, warum er keine tropischen Fische findet. Bro, was soll ich machen? Mich teleportieren? Warum bist du in einem Eisbiom? Shit! Shit! Oh! Hier ist ein... Ah, fuck. Hier ist ein Ozean. Wir müssen... Wir riden den Ozean einfach, bis er halt weitergeht. Okay, wir haben einen Mob gekillt in 14 Minuten vorne. Okay, es ist hier eine große Eisfläche. Hier können wir auf jeden Fall wieder geil travelen. Kleiner Tipp, Tropical heißt tropisch, du fett Lule. Ey, danke, Bro. Boah, Junge, ist das schnell. Holy shit. Bro! Fucking Lambo. Boah, ich weiß nicht. Ist es smart, diesem Wasser jetzt zu folgen und zu hoffen, dass da ein Ozean kommt? Oh, du bist sehr gut in der Zeit. 20 Minuten und du hast schon ein Pferd gekillt. Oh, 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 Jungs! Das ist der richtige Ozean, oder? Deep Lukewarm Ocean. Oh, mein Gott, bitte. Let's go! Ah, jetzt müssen wir Salmon killen. Okay, warte mal. Dann müssen wir einfach nur zurück ins andere Biom, oder? Also nach... Was war das? Süden? Okay, hier müsste... Oh, da hinten. Ich glaube, da hinten ist Wasser, oder? Ja, da hinten ist das dunkle Wasser, glaube ich. Geil. Geht's hier? Das ist jetzt Fluss. Oh ja, River. Let's go. Oh, da ist er! Da ist er! Männer, wir haben unser drittes Vieh. Boah, mein Gott. Wither Skeleton. Holy shit. Okay. Boah, Alter, unser Inventar ist so krank im Arsch. Das Portal wird nix. Ich bin erfahrener Minecrafter. Alright, zieh durch rein, wie ich jetzt das schnellste Portal EU-West platziere. Watch this. Okay, ist vielleicht nicht das Schnellste, aber es wird funktionieren, okay? Boop. Boah, das war knappe Kiste. Okay, 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 okay. Alles easy, alles easy, Männer. Boop. Boop, let's go! Alright, Portal is ready. Alright, let's go. Auf in den anderen, Männer. Wenn wir jetzt hier direkt ne Festung hätten, Alter, dann würde ich mir so krank mein Gesicht voll spritzen. Mit was? Ähm, Ketchup. Seht schon, wie ich wieder an nem Schwein sterbe. Hier ein Clip, wie ich 250 Euro an nem Schwein verloren hab. Bitte. Ich darf jetzt nicht gestimmen. Oh, Kevin. Nein! Fuck! Ich glaube... Fuck! Oh, Jungs! Let's go! Da ist ne Festung. Oh. Oh mein Gott, holy shit. Habt ihr den Dodge gesehen? Bro! Oh! Da unten ist eins! Let's go, boys. Jetzt ne Goat. Okay. Aber dann muss ich mich ja, äh, selbst umbringen, oder? Bro, ich hasse den Nether so sehr. Ich seh schon, wie ich gleich einfach straight up... In Lava Fall. Wieder der Trifffmeng. Okay, wir sind auf der richtigen. Jetzt müssen wir nur noch Westen. Oh, let's go! Let's go! Okay. Äh, was jetzt? Goat. Okay, wie sieht ne Ziege aus, Chad? Gibt's irgendwelche Biome, Berge? Okay. Ey, das ist kein Mountain, oder? Wie viel hast du getötet? Ich weiß nicht, Chad. Wie viel haben wir? Was ist das aktuelle Account? Im YouTube-Video wird jetzt irgendwo das Eingeblendete sein hier oben, aber... Boah, ich werde dieses Video so nennen. Ich habe an einer Basti. Minecraft-Challenge teilgenommen und das ist passiert. Wie ich Basti. Gag blamiert habe, wäre auch strong. Wie ich diesen kleinen Minecraft-Streamer unterstützt habe. Bro, der ist perfekt. Wie ich meinen Chat drei Stunden lang enttäuscht habe. Bro, aber auch stark. No-Jong interessanter Titel. Digga, als ob wir gerade kein verficktes Biome finden, was so mountainmäßig ist. Okay, ich habe da hinten irgendwas gesehen. Vielleicht haben wir Glück. Wenn ich in den nächsten zwei Minuten einen Berg finde, ermorde ich grundlos eine Eisbär. Und keiner kann mich auffalten. Okay, wir brauchen Stony Slopes, Jack Peaks, Frozen Peaks oder Stony Peaks. Ist das das Richtige? Oh mein Gott, das könnte es sein. Das könnte das Biome sein. Danke für den Boost. Ah, das ist easy. Okay, können wir Snowy Slopes... Snowy Slopes! Das ist das Richtige Biome! Snowy Slopes ist das Richtige Biome! Okay, wir sind da. Okay, wir müssen jetzt nur eine Ziege finden. Rechts ist eine Ziege. Was ist eine Lüge. Da war eine? Bro, shut up. Oh mein Gott, da ist eine! Let's go! Oh mein Gott, jetzt eine Katze. Oh mein Gott, wir haben es aufgeschrieben. Nein, ich habe es nicht aufgeschrieben! Okay, ich bin die ganze Zeit in Osten gelaufen. Das heißt, ich muss jetzt nach Westen laufen, richtig? Oh mein Gott! 114 minus 7000. Oh ja, ich habe es hier rechts aufgeschrieben. Es war in einem anderen Dokument. Boah, jetzt imagine, wir kommen hin. Alle Katzen die spawnen. So, wo seid ihr, Jungs? Oh! Da! Komm her! Komm her! Bro! Let's go! Iron Golem! Nice! Haben die hier einen? Oh! Nice! Ah! Bro, no fucking way! Okay, ich habe jetzt spawnen. Ich habe jetzt spawnen. Alles gut, alles gut. Alles easy, alles easy. Halb so wild, halb so wild. Okay, Panda. Nice, haben wir uns aufgeschrieben. Boah, das ist so smart, dass wir shit aufgeschrieben haben. Ich weiß genau, wo wir jetzt hinmoven. Wir müssen zum Dschungel. Der ist in minus 500, 5000. Oh, das geht sogar. Wie selten ist ein Panda im Dschungel? Geht das einigermaßen? Geht so. Wollt ihr was cooles sehen? Ach, das war ultra uncool, aber egal. Oh, da, 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 da. Geil, geil. Da ist der Dschungelmänner. Okay, müssen wir auf irgendwas achten? Also, wir müssen halt einen Panda finden, ne? Wir müssen einen Panda finden und töten. Systematisch umbringen. Ausrotten, wenn wir ihn sehen. Knebeln. In Lava setzen. So, wenn wir schon hier sind, machen wir gleich den Lebensraum kaputt. Oh, da ist einer! Da ist einer! Da ist einer! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nice! Okay, wir müssen wieder ins Nether. Blaze. Geil. Geil, 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 geil. Let's go! Huge! Okay, wir brauchen einen Lava-See. Kann ein Nimbion eins sein? Oder aus irgendeinem Grund nicht. Gleich fix Portal machen und zur Festung. Da hinten! Let's go! Oh mein Gott! Deger Adlerauge. Ey, Real Rap-Chat? Ich glaube, wir sind nicht so crazy schlecht in der Zeit. Bub, 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 Bub. Let's go! Das ist kind of awkward. Ist das meins? Ja. Okay, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass es so ein bassiger G-Try-Hard-Schwitzer-Portal ist. Aber ist nicht. Okay, wir müssen in diese Richtung und in diese. Boah, ich habe viel zu wenig Essen. Wir müssen... Oh! Alright, let's go. Have trust in Minecrafter number one, alright? Hier lang. Zack, zack. Kein Damage nehmen. Dann hier lang. Und hier war's, oder? Oh mein Gott! Let's go! Best Minecrafter EU-West, Alter. Wann killst du endlich einen Blaze? Impact, shut up! Gleich! Wir sind fast da. Nice! Oh, ein Gas! Let's go! Boah, das ist perfekt! Das ist so süß, ey, ne? Ah, Bruder. Oh! Let's go! Okay, was ist ein Husk? Was ist ein Husk, Männer? Ich sehe die Zukunft in meine Glaskugel. Du wirst sehr bald in Lava fallen und all dein Stuff verlieren und es dann aufs Game schieben. Nein, nein. Ein Wüstenzombie, okay. Alter, wir haben nur noch eine Stunde? Bro, ich dachte, wir haben eine halbe Stunde rum oder so. What the fuck? Wann haben wir so eine Zeit geblowt? Ich habe vielleicht so zwei Sachen gekillt, gefühlt. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott! Ey, stell dich vor, ich wäre jetzt in Lava gefallen. Holy shit! Wir haben es. Oh mein Gott, Bro. Okay, wir suchen Wüstemänner. Wer oder was ist Husk? Husk ist ein Wüstenzombie. Wir suchen jetzt eine Wüste, in der wir einen Zombie töten. Das ist alles, was wir machen müssen. Das ist super simpel. Oh! Let's go! Let's go! Woo! Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott. Alright, Enerdragon. Mush. Oh mein Gott. Bro. No way. No way. Wir haben keinen Skip mehr. Wir können es nicht mehr skippen. Wir müssen jetzt einen Pilzkuh-Biom finden. Digga, das ist impossible zu finden. Und als ich dann am Ende gesehen habe, dass ich eine Pilzkuh in einem Pilz-Biom finden musste, was basically impossible ist, habe ich mich die letzten 15, 16 Minuten einfach nur noch auf den Weg gemacht und habe die ganze Zeit gesucht, 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 bis ich aber leider keins gefunden habe. Deswegen musste ich jetzt am Ende dann einfach hoffen, dass ich genügend Mobs vorher gekillt habe. Alright, ladies and gentlemen. It's over. GG's. Oh, fuck. Es hat so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Ey, das freut mich. Ich habe in den letzten 20 Sekunden noch einen Punkt geholt. In den letzten vier Minuten zwei Punkte. Ja, ich habe in der letzten Dreiviertelstunde eine Mushroom gesucht. Oh, ich habe eine Insel gefunden. Cool. Wenn ich jetzt gleich die Auswertung starte, man sieht nicht direkt den Namen, man sieht nur die Monster, die erst mal getötet wurden und die Person wird es dann schon wieder, denke ich mal, erkennen. Dann können wir ja, wenn ihr wollt, direkt mal rein starten. Und ich bin lieb. Oh Mann, ich will gar nicht. Ich bin auch ultra gespannt. Das müsste jetzt rein vom Prinzip Platz sechs sein. Es sei denn, wir haben irgendwie doppelt einen Score. Aber wir gucken einfach mal. Bro, fünf? What? No risk. Aber die Messer sind sehr niedrig. Schwert macht mehr Damage als Hand. Ey, das war so unluckig. Dann lasst uns weitergehen. Wir gucken uns die nächsten Ergebnisse an. Bitte nicht, ich, bitte nicht, ich, bitte nicht. Oh nein, das bin ich. Yo, das war fünf mit 13 Mobs? Bro, wie viel habt ihr bitte? Holy shit. What the fuck, Alter? Alter. Wir gucken mal, Platz vier. Das war ich. Oh, what? Strong. Tony, strong, strong. Das ist meins. Die Bsinn ist wirklich stark. Wir gehen zu Platz drei. Ja, der Zmee. Boah, strong, Digga. Das war ich. Strong. Platz zwei, Silber. Auf geht's. Oh, 19. Oh, 19. Das ist leichternd. Ja, 19 schwerere hatte ich. Basti ist wieder der Guy, der sagt, ich bin nicht zufrieden mit meinem Run und dann erster Wip, Bruder. Basti ist so dieser, dieses Lisa 19 Bio-Unterricht. Yo, ich hab übelst verkackt, Digga. Und dann so 14 Punkte. Ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt vorstellen, dass ich auch 19 habe. Da wäre echt ein cooler, dann wäre das halt ein cooles Ding. Das wäre krass. Ja, das wäre sehr krass. Aber ich kann es wirklich nicht einschätzen. Also ich hätte wirklich jetzt auch nicht erwartet, dass ich so noch dabei bin, aber wir gucken mal rein. Okay. Boah, okay, mach halt noch mehr. 22, sorry. Gib nicht mehr, oder? Ja, das waren alle, oder? Digga, einfach alle Mobs getötet. Ja, mein Start hat nicht stabil. Trotzdem ein sehr, sehr geiles Battle. Er hat ultra Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals, dass ihr mitgemacht habt. Ja, war sehr geil. Danke für das Einladen, Mann. Ultra gerne, ultra, ultra gerne. Ja, freut mich, dass alles geklappt hat und dass es euch Spaß gemacht hat. Das war geil. Dann, ich ziehe durch. Geht euch noch einen wundervollen Abend. Geil. Peace, peace. In dem Sinne, peace out. Macht's gut, boys.